USK16 Waren das dann schon die Ettenöden? Jaaa Krass Das ist dieser Typ, der heißt Schlange Der ist halt Steinrüse Ach Mist, oh nein Wohin müssen wir zielen? Auf die Beine Achso, ja okay gell Auf die Beine Kommen wir auch noch andere Gegner außer der? Nein, du hast dich mal gespielt und nervt mich nicht Das muss man Okay, jetzt fährt er sich wieder auf Wir haben mich schon zur Hälfte platt, also sind wir Profis ey Ist ja billig der Typ hier Alter Der hat mich getillt Also fast Ich bin jetzt Ich bin jetzt ich bin jetzt auf die Beine Ich bin jetzt ich bin jetzt Nice Kommt noch ein bisschen was Wir skinnen ihn vielleicht jetzt schon im zweiten Move Schade, nicht Aber egal Letzter Move Da haben wir wenigstens ein würdiges Ende für diese Aufnahmesession Oh Hä, Feuerträger Noch mehr Feuerträger da um die Ecke Ist der behindert Ich seh hier keinen Feuerträger Ach der ist schon tot Ist der tot? Ich hab ihn gerade gekehlt, Junge Ja Uh, Lehrmeister nur Und ne neue Hose Ah, das ist ein guter Weißt du, Herrmeister Gisk 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 Hm, lecker. Steine. Oh, jetzt kommt noch eine Lava-Szene, glaube ich. Nicht ich, Herr Gwaii hier. Euer Dank gebührt diesen dreien hier. Andriel, Farin und Eradan. Sie sind es, die uns von Bargrisabe freiten. Dieselben drei, die euch schon in Vornost geholfen haben. Wir ihnen geholfen, er hat uns geholfen. Wenn es denn Zufall war. Eure Schicksale scheinen auf seltsame Art verbunden zu sein. Doch sei es wie es sei, wir sind euch zweifach dankbar. Zuerst habt ihr Belerams Leben gerettet und nun den Riesen getötet. Wir sind froh, dass eure gefallenen Verwandten gerecht wurden. Dieser Riese war eine Bedrohung aller freien Völker. Es war richtig, dass wir beisammen standen, um ihn zu vernichten. Gut gesprochen. Doch frage ich mich, aus welchem Grund ihr in die Ettenöden gekommen seid. Dies ist kein Ort für schöne Spaziergänge. Warum nicht? Warum nicht? Wir haben das Gefühl, der Feind könnte sich hier sammeln. Er dachte auch, wir würden hier einen Diener des Feindes finden. Ein Mann namens Agandar. Beleram erzählte uns von ihm, doch ich fürchte, dass ihr zu spät seid. Warum? Wir haben die Ettenöden während unserer Suche nach Bacrisa gründlich durchsucht. Doch haben wir keine Spur dieses Dieners des dunklen Herrschers gefunden. Schade. Dann können wir ziemlich sicher sein, dass er es jetzt nicht mehr ist. Mein Volk wird die feindlichen Kräfte zerstreuen, die sich noch in den Ettenöden befinden. Wir werden vor der Rückkehr Agandars auf der Hut sein. Dann sollten wir zu Elrond nach dem Hotel zurückkehren. Er wird schon ungeduldig auf Nachrichten warten und wir sind schon lange fort. Ich werde mich um einen Boten kümmern. Mein Herr, ich verdanke diesen drei in mein Leben. Und auch ich glaube, dass Agandar eine ernste Bedrohung der feinen Völker des Nordens darstellt. Der Adler nicht weniger als der anderen. Wenn ihr es gestattet, wünsche ich sie zu begleiten und ihnen bei ihrer Suche zu helfen. Du bittest um sehr viel, Beleram. Vielleicht werde ich bald meine ganze Gefolgschaft brauchen. Doch spüre ich, dass diese drei ein großes Schicksal erwartet. Aha. Und wie es scheint, bist du nun ein Teil davon. Ja. Also gut, ich gebe dir die Erlaubnis, dich ihnen anzuschließen, solange du es für richtig hältst. Wenn Beleram nicht vorhat, seine Freunde in seinen Clown zu tragen, wird er Hilfe brauchen. Wenn es euch recht ist, mein Herr, würde ich sie auch gerne begleiten. Auch ich habe ein Interesse an dieser Suche. Lasst mich der Dritte sein. So sei es. Ja. Yay. 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 Arminel, Barantor, ihr seid unter Belerams Kommando. Gehorcht seinem Wort, bis ihr wieder zu uns zurückkehrt. Nun muss ich fort. Viele Mächte sind in Mittelerde zugange und vieles passiert. Ich muss nachdenken, welche Rolle die Adler in all dem Spielen werden. Okay. Ihr wart eine große Hilfe. Wie ist die Adler so heute? Danke und lieb wohl. Hehe. Schleimer. Ja, Schleimer. Jetzt gehen wir zurück nach Bruchtheim. Dann würde ich sagen, danke fürs Angucken schon mal. Nein, es kommt noch eine Lover-Szene. Hehe. Aber erstmal kommt der epische Ladebüscher. Man sieht den Bach rechts gar nicht so deutlich. Den Bach. Den Bach, das ist der Bruinen, du Arschloch. Was? Das ist das Bruinen. Alter. Ich möchte nachher noch ruhig schlafen können. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ich fürchte, ihr habt die Gelegenheit verpasst, euch von den Mitgliedern der Gemeinschaft zu verursachen. Denn sie sind schon aufgebrochen. Juck, wisch nicht. Wir haben eindeutig Gefahr in den Ettenöden entdeckt. Danach sind wir wohlbehalten zurückgekehrt. Noch dazu in Begleitung dreier große Adler. Dahinter ist eine Geschichte und ich bin erpicht, sie zu hören. Wir haben Trolle und Orcs entdeckt, die sich zum Krieg rüsten. Genau wie wir befürchtet haben. Und sie wurden angeführt von einem abtrünnigen Steinriesen. Er hatte König Gwai'ihes Volk angegriffen. Gwai'ih, ja. Dann ist es uns gelungen, dem Riesen ein Ende zu bereiten. Das habt ihr gut gemacht, aber es ist beunruhigend. Warum sollte ein Steinriese sich so verhalten? Sie waren bisher nie feindselig gegenüber den freien Völkern. Wir haben diese Abzeichen einigen unserer gefeilenden Feinde abgenommen. Einige von ihnen tragen das schwarze Rabe-Wappen von Agan. Dann können wir sicher sein, dass er den Riesen zum Bösen verleitet hat. Aber da sind auch noch andere Anzeichen, die ich wiedererkenne. Da sind die Merkmale der Orcs vom Gundabag-Berg, weit oben im Norden. Vielleicht verschweckt sich Agandar dort am Gundabag-Berg. Oh ne, der Gundabag-Berg. Vom Gundabag-Berg haben die Orcs viele Tunnel und Geheimgänge gegraben, die die verborgenen Minen und Orc-Festungen des Nebelgebirges verbinden. So können sich die Orcs in großer Zahl fortbewegen, ohne gesehen zu werden. Wenn Agandar seine Streitmacht zusammenzieht, um für seinen Herrn im Norden zu kämpfen, wird er mit Sicherheit zum Gundabag gereist sein. Die Beweise, die er gefunden hat, besteht, der noch können wir unmöglich sagen, aber immer noch doch ist. Vielleicht nicht, aber wir sollten nicht untertätig herumsitzen und warten, dass er den Gewicht zu seiner eigenen Mittern. Das stimmt natürlich. Solltet ihr Agandar vernichten, würdet ihr Saurons Plan eines Krieges im Norden gewiss das Herzstück herausreißen. Na dann, nichts wie los. Auf zum Gundabag-Berg. Euer Mut ist lobenswert. Ihr müsst aber gut vorbereitet sein. Der Gundabag-Berg wird nämlich keine Unachtsamkeit verzeihen. Lebt wohl und mögen die Sterne über euren Weg leuchten. Peace, Bruder. Tschüss, Sen. Ich bin der. Tschüss, Sen. Ciao, Chui. Ich würde dann sagen, danke fürs Angucken von dieser, das war's mit dieser Aufnahmesession. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Bis dann und ciao. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Herderringe. Wronterdorf, Krieg im Norden. Und heute war eine kleinere, also nur so 40 Minuten. Ah ja. Ähm, nur so 40 Minuten. Aber bevor wir weitergehen zum Gundabag-Berg. Dort sind ja die ganzen Orks angeblich. Können wir, ihr könnt übrigens jetzt hier auch mit diesen Adler sprechen. Mit den Adlern, Entschuldigung. Und ja, vorher gucke ich mal noch in mein Inventar, was wir hier alles Schönes haben. Und wie wir hier geläffert sind. Ich muss mich jetzt erstmal wieder daran gewinnen, dass ich wieder den Mann habe. Also, Schaden versus Troll werden wir jetzt nicht mehr brauchen, weil es bei dem Ort, wo wir hingehen, jetzt nicht mehr so viele Trolle gibt. Deswegen snacken wir uns mal diese Schöne. Natürlich, du Idiot. Natürlich gibt's da viele Troller. Wieso sagst du das? Wieso? Weil willst du das wissen, dass da viele Trollen... Weil ich dasselbe kenne? Ja, aber trotzdem, ähm... Gönne ich mir lieber den anderen Bogen. Weil ich mach jetzt grad die Mission mit den L-Impsteinen und da muss man erst mit diesen Cloyen reden und diese Edelsteine... Cloyen, ähm... Ja, und diese Edelsteine? Da muss man, da muss man halt, ähm, denen die zeigen, in der wir die selbst haben, aber dann, wenn man die Angmier-Aufgabe machen will, muss man da halt ablehnen. Und den Angmier nicht bringen. Nachdem man mit denen gesprochen hat. Und das mach ich jetzt. Danach hol ich mir ne bessere Waffe. Tididim. Hallo? Nein, scheiße. Oh, klick. Hallo, hallo, hallo. Oh, overpowered einen Bogen gekauft. So, jetzt haben wir die Belohnung von Angmi und das sind die Elbensteine. Finde mehr Gold. Jetzt snacken wir uns erstmal die guten Sachen her. Ähm... Also am Anfang der neuen Aufnahmestestest müssen wir uns halt immer erstmal wieder ausrüsten. Das ist schon, das ist schon nicer. Ich halt so. Ich halt so. Das ist halt so. Ich halt so. Meine Bekündung, das ist halt so. Hä? Ich will nichts kaufen. Ich will verkaufen. So. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Wieso ist das nicht aktiviert? Muss ich nicht kapieren. Schild brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Zweimal der gleiche Hammer brauchen wir auch nicht. Das könnten wir uns vielleicht noch aufheben. So. Warum lasst du? Nichts, weil ich nur gerade den nice Hammer gesehen habe. Den habe ich gleich gerade verkauft. Hä? So. Es kann weiter gehen. Nice ausgerüstet. Ich rüste mich gerade mit Snipes aus. Irgendwas war doch hier noch beim Schulternstück war doch nicht das Richtige aktiviert. Hatten wir doch eins, was 56 war. Ja, und das habe ich verkauft. Oder war das bei denen? Oder bei den Handschuhen? Ja, es war bei den Handschuhen. Okay. Ich komme. Ich komme. Guck dir mal meinen leisen Hammer an. Guten Abend, Berg. Und das sieht man ja auch schön auf der Karte. Und hier ist schon wieder ein richtig neues, fettes Thumbnail. Und hier sieht man unten die ganzen Org-Wichser. Ebola. Org-Wichser. Das ist ein Ohr-Kalte, dumme Sau. Achso, falls ihr euch fragt, warum Phil manchmal leckt. Mein Internet ist heute ziemlich scheiße. Aber das kann ich nicht. Dafür ist jetzt zum Glück jetzt auch noch eine kleine Aufnahme. Aufnahme-Session. Ausnahme-Session. Hoffen wir, dass es nicht abschmiert, mein Spiel. Es ist nämlich vorhin ein paar Mal abgestellt. Oh, geil. Ich hoffe, wir sind bald am Ziel, sonst wird sich dieses Wetter noch tödlicher als die Orgs erweisen. Nur Mut. Wir sind fast da. Und der Schneefall verbirgt uns vor den Augen des Feindes dort unten. Das wird kaum gelingen, wenn diese Kreaturen von oben wache halten. Sobald wir euch abgesetzt haben, werden meine Kameraden und ich diese Biester erledigen. Los, meine Freunde.